Avalokiteshvara Bodhisattva, in tiefster Weisheit versenkt, erkannte, dass die fünf Skandhas leer sind und verwandelte damit alles Leid und allen Schmerz. Shariputra, Form ist nichts anderes als Leere und Leere ist nichts anderes als Form. Form ist identisch mit Leere und Leere ist identisch mit Form. Und so ist es auch mit Empfindung, Wahrnehmung, geistiger Formkraft und Bewusstsein. Shariputra, alle Dinge sind in Wahrheit leer. Nichts entsteht und nichts vergeht. Nichts ist unrein, nichts ist rein. Nichts vermehrt sich und nichts verringert sich. Es gibt in der Leere keine Form, keine Empfindung, Wahrnehmung, geistige Formkraft und kein Bewusstsein. Keine Augen, Ohren, Nase, Zunge, Körper oder Geist. Es gibt nichts zu sehen, hören, riechen, schmecken, fühlen oder denken. Keine Unwissenheit und auch kein Ende der Unwissenheit. Kein Altern und keinen Tod, noch deren Aufhebung. Kein Leiden und keine Ursache des Leidens. Kein Auslöschen und keinen Weg der Erlösung. Keine Erkenntnis und auch kein Erreichen. Weil es nichts zu erreichen gibt, leben Bodhisattvas Prajnaparamita und ihr Geist ist unbeschwert und frei von Angst. Befreit von allen Wirrungen, allen Träumen und Vorstellungen, verwirklichen sie vollständiges Nirvana. Alle Buddhas der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, leben Prajnaparamita und erreichen damit die höchste Erleuchtung. Erkenne deshalb, dass Prajnaparamita das große Mantra ist, das strahlende Mantra, das unübertroffene Mantra, das höchste Mantra, das alles Leiden stillt. Dies ist die Wahrheit, die Wahrheit ohne Fehl, deshalb spricht das Prajnaparamita Mantra Om Gathe Gathe Paragathe Parasamgathe Bodhiswaha Om Gathe Gathe Paragathe Parasamgathe Bodhiswaha Om Gathe Gathe Paragathe Parasam Gathe Bodhiswaha